Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch diese wunderbaren Söckchen mit dem normalen Nadelspiel machen. Wir hatten jetzt schon die Socke auf dem Crazy Trio und jetzt ist natürlich das normale Nadelspiel auch noch an der Reihe. Hier sehen wir die Socke einmal in Unifarben. Das sind zweimal jetzt einfarbige Socken und hier als Hintergrund mit einem Farbverlauf und vorne ein wunderbares Weiß. Der Farbverlauf ist von Anjas Wollzauber. Die einfarbigen Wollen sind von Supergarne. Ob jetzt hier das Sand oder hier das Weiß, genauso wie hier das Weiß. Das ist von Supergarne.com und der Farbverlauf ist von Anjas Wollzauber. Ihr könnt aber selbstverständlich jede Wolle benutzen, die ihr gerne wollt. Größenangaben Maschenangaben und so weiter. Entnehmt ihr bitte aus der Infobox. Da ist eine Sockentabelle angenadelt und da könnt ihr, na angepinnt er, und da könnt ihr euch eure ganzen Sachen rausziehen, die ihr da braucht. So, wer mag und möchte den Kanal unterstützen, lässt gern ein Abo da, kostet nichts und hilft mir weiter. Würde mich super freuen. Ansonsten ein Däumchen nach oben, wäre auch ganz spitze. Wir brauchen für die Socke einmal die Sockennadeln, die ihr normalerweise für vierfädig verwendet. Das heißt in meinem Fall die 2,0. Wer schon mit Spannfäden gearbeitet hat und weiß diese auszugleichen, bleibt bitte auf der Nadel, die ihr gerne wollt. Wer es ein bisschen einfacher haben möchte und muss nicht aufpassen aufs Ausgleichen oder mit Spannfäden noch keine Erfahrung gemacht hat oder, 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 geht bitte auf die 3,5er Nadel, sprich anderthalb Größen, trüber als ihr sonst benutzt, damit einfach unser Söckchen dann hinterher noch die Spannkraft hat, die es braucht, damit wir es schön über die Füßchen kriegen. So sieht die Socke innen aus. Also wie ihr seht, es ist voller Spannfäden. Ich zum Beispiel stricke meine Spannfäden gerne dann auf der Nadelstärke größer. Das heißt, diese Nadelstärke kommt bei mir nur für die Ferse und für die Spitze zum Einsatz und die hier für den Rest der Socken. Wir schlagen auch gleich die Maschen auf der 3,5er an, die hier wirklich dann nur für Ferse und Spitze, weil die mache ich einfarbig. So, ihr schlagt euch bitte eure Maschenanzahl an, die ihr für euren Fuß braucht. Maschenanzahl muss teilbar durch 2 sein. In meinem Fall sind es 50 Maschen und die schlage ich mir jetzt hier ganz gemütlich an. Das heißt aber auch, wir müssen unsere Maschenanzahl durch 4 teilen, weil wir müssen sie ja auf dem Nadelspiel verteilen. So, das bedeutet bei mir in meinem Fall, ich habe jetzt auf einer Nadel dann 12 Maschen, auf der nächsten dann 13, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und hier kommen jetzt 13 drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so, wenn wir unsere ganzen Maschen angeschlagen haben, sortieren wir uns den ganzen Spaß ganz kurz, stricken jetzt die erste Masche recht, wir stricken die ganze Socke bis auf die Ferse alles rechts. So, die erste Masche einmal rechts. Jetzt nehmen wir uns das Weiß mit dazu, ich muss jetzt gerade nur kurz gucken, wo der Anfang ist und stricken die zweite Masche in Weiß. Jetzt nehmen wir beide Fäden auf die Hand oder wer mag auch eine Strickhilfe. So, den Faden, den ihr jetzt nach vorne nehmt, den nehmt ihr bitte den gesamten Strickvorgang immer nach vorn und wechselt zwischendurch nicht die Position. So, die dritte Masche in Bund, die vierte in Weiß, die fünfte in Bunt, die sechste in Weiß. Und so stricken wir jetzt die gesamte Runde. Ich halte hier gerade mal die eine Nadel fest, dass ihr besser schauen könnt. So, jetzt machen wir uns den Übergang. Das wird dann später noch ein bisschen fester. Das ist jetzt nur am Anfang so ein bisschen seltsam. So, wir haben jetzt hier mit Weiß geendet, das heißt, hier beginnen wir wieder mit Bunt. So, dass wir schön im Wechsel bleiben. Ich halte die Nadel wieder ein bisschen fest, dass ihr besser schauen könnt. So, jetzt enden wir auf Bunt, das heißt, in der nächsten Nadel beginnen wir auf Weiß oder mit Weiß. So, ich schiebe die wieder ein bisschen nach unten, da könnt ihr wieder schauen. Hier enden wir jetzt wieder auf Bunt. Und, das heißt, wieder auf Weiß die nächste Nadel. Anfangsfäden stören gerade ein wenig. Moment. Zack, weg damit. So, hier hatten wir auf Bunt geendet, das heißt, hier beginnen wir wieder mit Weiß. So, jetzt sind wir auch gleich einmal rum. Wir enden auf Weiß, sodass wir jetzt in Runde 2 gleich schon wieder vernünftig starten können. Ich muss gleich mal die Anfangsfäden ein bisschen kürzen. So, Runde Nummer 2. Ich schiebe wieder alle anderen Nadel ein Stückchen weg, dass ihr wieder was seht. Wir machen jetzt Bunt auf Bunt und Weiß auf Weiß. Das heißt, wir bleiben weiter im Wechsel und achten jetzt einfach nur darauf, dass wir Bunt auf Bunt machen und weiße Masche mit weißen Faden abstricken. Und so ergibt sich jetzt schon von ganz alleine dieses wunderbare Muster und auch ein bisschen dieser 3D-Effekt. Weil wir haben das hier alles auf rechten Maschen abgestrickt, aber es sieht so aus, wenn man sich das jetzt so betrachtet, als ob das Weiß höher steht. Aber es ist alles eine glatte Fläche. Hier ist kein Unterschied drin. Da seht ihr alles eine Fläche. Wenn ich so kippe, alles eins. Aber optisch, komm, mach Scharfkamera, sieht es aus, als ob das Weiß höher ist als das Bunt. Und genauso auch bei den zweimal einfarbig. Ich kippe, es ist alles eins. Es ist nichts höher, nichts tiefer. Aber wenn man weiter weg schaut, sieht es so aus, als ob das Weiß nach oben kommt und das Bunte drunter ist. Genauso könnt ihr das auch tauschen, indem ihr einfach das Weiß nach vorne nehmt beim Stricken auf die Hand und das Bunt nach hinten. Dann rutscht das Weiß in den Untergrund. Sieht auch nicht schlecht aus. Und so könnt ihr mit wenig Farben viel Effekt machen. Ja, und so stricken wir uns jetzt erst einmal durch den gesamten Schaft. Das heißt, unsere Schaftlänge jetzt einmal ab. Die entnehmt ihr dann bitte an der Sockentabelle, die ihr unten in der Infobox findet. Aber natürlich sind das nur Durchschnittswerte. Jeder mag es anders. Nehmt euch den Schaft zum Schluss sonst so, wie ihr ihn gerne habt. So, meine Lieben, wenn wir den Schaft fertig haben, gehen wir auf das kleine Nadelspiel oder auf die dünnere Nadeln. Übernehmen uns jetzt den blauen Faden. Mehr brauchen wir nicht mehr. Den weißen lassen wir erst mal hängen. Ihr nehmt jetzt bitte neben eurem Anfangsfaden. Hier habt ihr euren Anfangsfaden. Da. Dieser da. So, mir ist bewusst, dass neben dem Anfangsfaden diese Nadel und diese Nadel offiziell eigentlich immer die Fersennadeln sind. Ich drehe das Ganze, aber weil sich das bei mir auch wunderbar deckelt. Hier habe ich 12, hier habe ich 13. Damit bin ich wieder auf meinen 25 Maschen. Also bevor ich das in den Kommentaren lese. Ja, das ist mir bewusst, dass das hier eigentlich der runden Anfang ist. Und man diese 2 nimmt, dass dieser Faden in der Mitte ist. Ja, ist mir bewusst. Ist mir aber egal in dem Moment. Ich lege den einfach zur Seite, dass ich dann die Masche und die Masche nehmen kann. Und der Sockel ist das im Prinzip auch völlig egal, welche Nadeln da zum Schluss zusammengenommen worden sind für die Ferse. Hauptsache die Maschenanzahl stimmt. So, und die Maschenanzahl muss ja, wenn wir hier einmal unsere Runde haben, durch 2 genommen werden. Dass wir einmal für den Fuß haben und einmal für die Ferse. So, in meinem Fall sind es 25. Das muss dann nochmal durch 3 gerechnet werden für die Ferse, die ich jetzt machen möchte. Ich mache die Shadow Orb-Ferse ohne über den Fuß. Nur hinten die Ferse. So, und bei 25, das geht natürlich nicht auf, also mache ich 8, 9, 8, weil die Masche, die übrig bleibt, die nicht teilbar ist, die geht in die Mitte rein. So, jetzt stricken wir uns 8 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 8. Jetzt nehmen wir uns einen Maschenmarkierer. Jetzt kommen 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, die 8 Masche hier drüben auf der 3,5er Nadel. Die verdoppeln wir schon. Dafür schnappen wir uns hier drüben das blaue, kleine, süße Beinchen, legen uns das auf die 3,5er drauf, verdoppeln die, schubsen das hin und holen uns jetzt mit der 2er Nadel einfach beide Maschen ganz kurz rüber, tun die 3,5er Nadel weg, schnappen uns die nächste 2,5er und tun die 2 Maschen wieder zurück. Und jetzt können wir ganz gemütlich mit der dünneren Nadel unsere Ferse stricken. So, ich gehe jetzt links wieder zurück. Das heißt, ich stricke jetzt alle Maschen links bis auf die letzte Masche. Die wird nicht links gestrickt. Das heißt, ich gehe jetztRicke jetzt Vamos! So, und die letzte Masche, die heben wir uns jetzt rüber und schnappen uns hier die kleine Krawatte und stricken die einmal links ab und heben beide Maschen zurück. Wer die Shadow Bob-Ferse nochmal in aller Ruhe sehen möchte, ich habe sie nochmal auf dem Kanal. Da geht es wirklich nur rein um die Ferse. So, jetzt wieder rechts zurück bis auf die vorletzte. So, hier haben wir die vorletzte Masche. Die Masche haben wir schon verpartnert. Da sieht man jetzt, dass hier so schön zwei drin sind mit einer Krawatte. Hier ist jetzt die vorletzte. Jetzt nehmen wir uns die Krawatte hier vorne, legen die auf die Nadel, stricken die rechts ab und legen die Masche zurück. Und jetzt wieder links zurück. Also auf die andere Seite. So, hier haben wir jetzt auch unsere verpartnete, deswegen ist die so ein bisschen breiter. Die vorletzte heben wir uns ab, schnappen uns hier unten diese kleine süße Krawatte und stricken die links ab. Natürlich mit dem Faden vor der Arbeit. So, jetzt aber. Und die wieder zurückgehoben. Ja, und das machen wir jetzt so lange weiter hin und her, bis wir alle Maschen einmal auf der Seite und auch auf der Seite verpartnert haben. Die hier in der Mitte nicht, die bleiben ja nur hin und her gestrickt, aber die Seite und die Seite muss verpartnert werden. So, ich mache das mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt bei der letzten linken Verdopplung. Das heißt, ich habe gleich alle Maschen einmal verpartnert. So, jetzt wollen wir ja über den, also nicht über den Fuß, unsere Shadow-Ferse fertig machen. Moment, ich bin ja gerade mit meinem Fadenfeier dazu jetzt ab. Dafür stricken wir uns jetzt einmal bis wirklich inklusive der letzten Marsche rechts ab. So, das war der Mittelteil, hier kommt der Marker und jetzt immer jede verpartnerte Masche einmal rechts gestrickt. Wie ihr seht, ich gehe immer durch beide Maschen durch und stricke die einfach rechts ab. So, jetzt wenden wir das Ganze. Jetzt müssen wir das auch auf der linken Seite machen. Dafür heben wir jetzt die allererste Masche ganz frech einfach ab und stricken uns jetzt mit linken Maschen bis inklusive die letzte Masche, sprich über die gesamte Nadel. Und ja, das bildet ein kleines Loch. Aber das ist doch kein Problem, das dann mal ganz kurz mit zwei, drei Stichen zuzumachen. Und wen das stört, der macht einfach eine Fäse, die nicht normalerweise über den Fuß gehen würde. So, jetzt hier auch beide Maschen einfach schnell mal links abstricken. Immer durch beide durch und dann die linke Masche gestrickt. So, wir wenden. Jetzt geht es mit rechten Maschen wieder zurück. Wir heben die erste Masche wieder einmal ab und stricken uns jetzt bis über den Mittelteil unserer Ferse. Marker rüber, jetzt kommt der Mittelteil. Und dann kommt der Mittelteil. Marker rüber. So, jetzt müssen wir von innen nach außen verpartnern. Dafür schnappen wir uns hier unten das kleine süße Doppelbeinchen. Das ist nämlich jetzt unsere doppelt zusammen abgestrickte Masche. Und dann nehmen wir uns jetzt einfach beide Maschen, legen uns die drauf, stricken die einmal rechts ab und schubsen die Masche zurück auf die Nadel. Das hat man natürlich jetzt ein bisschen schlecht gesehen, wo ausgerechnet jetzt dunkelblau kam. Aber im Prinzip machen wir das gleiche jetzt wie eben, wo wir von außen nach innen verpartnert haben. Jetzt verpartnern wir halt von innen nach außen. So, jetzt links wieder zurück. Marker rüber. Wir heben die Masche ab, schnappen uns die Krawatte, stricken die einmal links ab und legen beides zurück auf die Nadel. So, jetzt wieder Marker rüber, rechts zurück. Jetzt haben wir hier die frisch verpartnerte Masche. Die stricken wir jetzt rechts ab und verpartnern jetzt die nächste. So, und links wieder zurück. So, und so geht das jetzt hier hin und her, bis wir hier einmal hier außen dann verpartnert haben und auch hier ganz außen verpartnert haben. Wenn wir das jetzt einmal alles fertig haben, sieht das Ganze so aus. Hier haben wir jetzt unsere wunderbare Ferse und hier ist der Schaft. Wir nehmen uns wieder beide Fäden auf die Nadel, weil jetzt wollen wir natürlich weiter stricken. Ja, hier ist jetzt schon ein Maschenmarkierer weg. Bitte stört euch da dran nicht. Ich nehme gerade dieses Stück vom Video ein zweites Mal auf, weil ich eben vergessen hatte, dass mein Audio alles nicht mehr so einfach zu handeln ist. So, wir schauen jetzt mal auf dem Fuß. Da haben wir hier mit der letzten weißen Masche aufgehört und das heißt, hier wird es jetzt nach dem Muster wieder in bunt weitergehen, weil wir aber unseren Arbeitsfaden direkt auf der ersten Masche auf der Ferse haben. Heben wir diese Doppelmasche, die es ja jetzt gerade noch ist, einfach ab und zählen die als eine Masche. Jetzt stricken wir mit weiß weiter und blau. Weiß und blau. Zählt dabei die Maschen am besten gleich schon mal, dass wir es gleich wieder ordentlich aufteilen können. Das heißt, die Doppelmasche zählt als eins, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Die nächste Nadel. Hier hat man jetzt mit weiß aufgehört, das heißt, hier geht es jetzt mit bunt weiter. So, die Fußlänge für die Socke, was wir jetzt machen, entnehmt ihr bitte aus der Sockentabelle, die hier unter dem Video verlinkt ist. Und zwar müsst ihr da in die vorletzte Spalte schauen. So, hier hinten die letzte Doppelmasche wird auch zusammen einfach abgestrickt und als eins betrachtet. Die kleinen Nadeln können jetzt weg und jetzt geht es mit den großen normal weiter. Und wir stricken uns jetzt unseren Fuß. Also wir haben jetzt den Schafthammer gemacht, die Fersehammer gemacht, wir sind jetzt im Prinzip an dieser Stelle und jetzt müssen wir hier gerade nach vorne stricken. Das Maß für hier entnehmt ihr der Sockentabelle unterhalb des Videos, weil wir stricken jetzt im Prinzip genauso wie am Schaft. Wenn ihr messen wollt, um zu schauen, ob ihr richtig seid, legt ihr das Maßband bitte ganz hinten an und zieht gerade nach vorne. Schaut wirklich, dass ihr hinten die Fersenwand erwischt und dann ganz gerade nach vorne. Und so stricken wir jetzt genauso wie am Schaft hier den Fuß immer schön im Wechsel auf Weiß kommt Weiß, auf Blau kommt Blau. Und wenn wir das dann geschafft haben, sehen wir uns dann zur Spitze wieder. Wenn wir dann auf Länge sind und unseren Fuß haben, wollen wir dann mit der Ferse anfangen. Dafür können wir den weißen Faden wieder zur Seite legen. Den braucht man nämlich jetzt nicht mehr. Das heißt, den können wir schön großzügig abschneiden, dass man dann vernähen können. Wir machen jetzt mit Bund weiter und mit unserem kleineren Nadelspiel. Da, ich schnappe mir jetzt die kleine Nadel, habe hier die große, bin jetzt auf der Seite, wo die Ferse ist und ich stricke jetzt erstmal mit rechten Maschen alles rüber. Das heißt, schön erstmal jede Masche einmal rechts abstricken, dass wir das von den großen auf die kleinen Nadeln bekommen. So, und das mache ich jetzt einmal die gesamte runter. So, wenn wir das Ganze jetzt einmal abgestrickt haben und jetzt auf den kleinen Nadeln haben, beginnen wir. Die erste Masche stricken wir rechts. Das ist jetzt unsere erste Abnahmenrunde. Die nächsten beiden Maschen stricken wir rechts zusammen. Das heißt, Masche 2 und Masche 3 stricken wir rechts zusammen. Jetzt stricken wir die gesamte Nadel einmal rechts ab. So, nächste Nadel. Wir stricken jetzt alle Maschen rechts bis auf die letzten 3. Angekommen, stricken wir Masche 1 und Masche 2 rechts zusammen und die letzte Masche rechts. Jetzt die erste Masche rechts. Masche 2 und Masche 3 zusammen. Jetzt alle Maschen von dieser Nadel einmal rechts. Und von der nächsten Nadel stricken wir alle Maschen rechts bis auf die letzten 3. Das ist unsere Abnahmenrunde. So, und die letzten 3 Maschen, da werden Masche 1 und Masche 2 zusammengestrickt und die letzte Masche einmal rechts. So, und jetzt gibt es eine Runde, da stricken wir einfach jede Masche ab. Das heißt, keine Abnahme, sondern einfach wirklich jetzt jede Masche einmal rechts stricken und in der nächsten Runde machen wir wieder unsere Abnahmenrunde. So, und das machen wir jetzt so lange, bis wir bei einem Erwachsenenfuß auf jeder Nadel noch so 3 Maschen haben. Na, hier geht es dann nicht ganz auf. Hier haben wir dann 2 oder 4 bei meiner, jetzt bei meiner Anzahl. Ich wäre dann eher für 2, weil dann hätte ich auf der Seite noch 4 übrig. Und so werde ich das bei Kindern auch machen. Wer jetzt eine andere Maschenanzahl hat, schaut bitte, dass die 10 alle wunderbar drin sind, dass das alles ganz toll passt. Also so in der Regel sage ich immer so 3 Maschen pro Nadel, pro Nadelspiel plus, minus 1, 2 Maschen. Ja, und bei Kindern sind es dann meistens 2 Maschen pro Nadel im Nadelspiel. Auch wieder plus 1, 2 Maschen, weil das kommt immer auf die Maschenanzahl an. Und natürlich auf die Maschenanzahl, wie man es dann gestrickt hat, und, und, und. Deswegen von bis. So, ich mache jetzt meine Runde einmal drüber, dann die nächsten Abnahmenrunde und so weiter. und dann schließt sich das Ganze im Prinzip genauso wie hier, so richtig schön gerundet. So, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich meine Abnahmen gemacht habe, zum Abketten und Zunähen. So, meine Lieben, ich habe das Ganze jetzt mal aufgezogen, dass ihr es euch mal anschauen könnt. So sitzt es dann am Füßchen. Hier seht ihr noch eine ganz kleine Öffnung. Ich habe jetzt 3, 2, 3, 2 noch auf den Nadeln. Das heißt insgesamt noch 5 Maschen. So, und die wollen wir jetzt einmal noch zusammen abketteln. Und dann sind wir auch schon fertig. So, zum Abketteln stricken wir die erste Masche rechts. Na, geh rüber, Nadel. So, jetzt so. Einmal. Und die zweite Masche rechts. Und wir heben die hintere über die vordere. Zack. Und wir stricken die nächste Masche rechts. Und heben die hintere über die vordere. Und haben Nadel Nummer 1 befreit. Wer übrigens so ein Knäufi-Legern hat, das ist ein super Nadelhalter. So, und jetzt hier auch. Wir stricken. Wir heben drüber. Wir stricken. Wir heben drüber. Nadel weg. Wir stricken. Wir heben drüber. Wir stricken. Wir heben drüber. Wir stricken. Wir heben drüber. Wir stricken. Heben drüber. Und wir stricken. Und heben drüber. So, Faden kann großzügig abgeschnitten werden. Weil unser Söckchen ist jetzt schon fast fertig. Ich ziehe das Ganze jetzt noch einmal durch die Schlaufe. Und jetzt wird gewendet. Durch dieses kleine Löchlein holen wir uns gleich unseren Arbeitsfaden. Wer mag, kann es schon so ins Löchlein legen, dass es hier schon im Prinzip sieht, dass es hier schon im Prinzip sieht und gleich schon durchziehen. So, jetzt unseren hübschlichen Pilz rein, dass wir hier ein bisschen Spannung drauf haben. So, da ist jetzt unser kleines Löchlein, was noch übrig geblieben ist. Und da setzen wir jetzt einfach zwei, drei Stiche rein. Den Faden müssen wir hier eh vernähen. Und da kann man das ganz toll miteinander verbinden. Und das Schöne ist, die Spitze ist gleich noch einmal ein bisschen verstärkt. Und der C kann sich nicht so einfach da durchbohren. So, jetzt noch den Faden schön verstechen. Ich zeige euch aber jetzt nur das eine Fädchen. Die anderen macht er einfach dann ganz genau so. Und versteche die dann schön, dass es alles gut hält. So, und dann lasse ich immer noch so ein kleines Zipfelchen-Fädchen stehen. Und wenn wir das Ganze zurückwenden, haben wir hier jetzt eine wunderschön geschlossene Spitze. Und von innen sieht das Ganze dann so aus. Das ist jetzt die Innenseite. Also wie ihr seht, hier ist auch kein Bubbel oder irgendwas. Hier kommt man ganz toll rein, ohne hängen zu bleiben, weil das halt schöne kurze Absätze sind. Da. Und das halt dann noch mal von außen. So, meine Lieben, ich vernähe jetzt bei mir mal die restlichen Fäden. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir mal ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich mega drüber freuen. Wer noch nicht hat, einmal abonnieren und die Glocke aktivieren. Kostet euch nichts, unterstützt mich aber wahnsinnig. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid und wünsche euch noch einen ganz wunderbaren Tag.